Auf die Plätze! Wisana engagiert sich mit dem Wisana Sprint zusammen mit Swiss Athletics, weil es eine perfekte Partnerschaft ist. Es braucht auf der einen Seite das Know-how und es braucht auf der anderen Seite jemand, der bereit ist, etwas zu investieren. Wir können zusammen mit Swiss Athletics etwas unterstützen, das auch dafür sorgt, dass die Leute gesund bleiben. Nämlich bewegen, früh anfangen, in der Jugend schon Sport treiben. Und was gibt es für eine bessere Plattform, als das hier so zu machen, mit den einzelnen Läufen, mit Kantonal Finale, Schweiz Finale. So habe ich das Gefühl, es ist sogar sensationell für die Schweizer Leichtathlete. Für mich war das Wisana Sprint wirklich der Anfang meiner Karriere. Es war in der Schweiz, wo die Familie gekommen ist. Es war immer eine sehr spezielle Zeit. Es ist wirklich sehr schön, auf der anderen Seite zu sein. Aber es ist für mich ein großer Spaß, heute mit den Kindern zu sein. Ich habe angefangen beim Zuschauen meiner Schwestern, also im Publikum. Dann bin ich gestartet und jetzt kann ich wieder im Publikum dabei sein und sehen, wie gut sie hier rennen. Das ist natürlich mega, mega schön. Bis zum nächsten Mal! Ausschau! Untertitelung des ZDF, 2020